Willkommen zurück zu Let's Play Super Metroid Redesign. Ich stecke immer noch in Norfair fest und ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Und es kotzt mich irgendwo ein Stück an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste doch gern, was ich hier mache. Ah, hier habe ich mich aufgeladen. Ich weiß grob, was ich hier machen soll. The Gamer X-Run hat wieder Korrespondenz mit mir geführt, wie ich mal ganz edel sage. Und ja, ich bin prinzipiell in der Gegend richtig in Norfair. Und ich hatte auch recht, ich muss jetzt zu Ridley. Er hat mich schon gefragt, hast du den Weg zu Ridley schon gefunden? Und ja, die Antwort ist leider nein, ich habe den Weg noch nicht gefunden. Ich glaube, jetzt bin ich zu weit, oder? Ja, jetzt bin ich zu weit, dort wollte ich runter. Ich will noch mal in Krokis Raum schauen, denn ich... Krokis muss doch irgendwas bewachen. Also, ich meine, er muss so... Hallo, ich bin Mick, willkommen zu Let's Play Su... Also, noch mal. Ich will wieder in Krokomeier-Dingens, Krokis Raum. Denn der Punkt dort regt mich eigentlich echt fies auf. Der muss für irgendwas doch da sein. Irgendwas muss es doch dort geben. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht muss ich einen Schein-Spark einfach in die Wand machen. Obwohl es beim Scannen nicht danach aussah, dass dort irgendwas ist. Ist das jetzt überhaupt Krokis Raum? Ich bin doch jetzt... Ja, da unten war Krokis Raum. Für irgendwas ist der scheiß Punkt doch da. Ich habe dort doch nichts bekommen damals, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ha, ich kann ja. Hoaha, schau mal, was ich kann. Hier brauche ich so eine. Au, ramm mir halt so in den Kopf und so. Tja, Krokki, Krokki, Krokki. Du bist ein richtig fieser Penner. Irgendwie. Hm. Schaue ich mir nochmal an. Au, au. So, ha, ha. Viel besser. Also, Krokki, ich mache jetzt mal einen Schein-Spark bei dir. Wenn ich es kann. Kann ich hier auch irgendwie wegmachen, irgendwas? Reicht nicht, oder? Oh, ja, doch, es reicht an sich für einen Schein-Spark. Hm, versuche ich es mal. Und, hopp. Haha, Roms. Nö. Na. Nee, ich sehe da nichts. Und hier auch nicht. Oh, Mann. Irgendwo muss aber. Hier in die Wand ist es nicht. Hier rein ist nichts. Hier springen, hier hoch, runter. Hehe, wofür ist der scheiß Punkt da? Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wofür der scheiß Punkt ist. Ich baller in die Wand. Ich baller in die Decke. Ich baller überall hin. Äh. Ich sehe nichts. Nee, nee, auch nicht. Och, Mann, oh. Ich habe dort doch noch nichts bekommen, oder? Oder werde ich bekloppt und habe dort schon was her, ne? Nö. Ich verstehe es nicht. Ja, stattdessen mache ich Säurebad, solange bis ich sterbe. Das ist ein besserer Plan, oder? Ich verstehe es einfach nicht. Warum das hier ist extra Raum zählt? Na gut, wahrscheinlich wegen den Stacheln. Aber. Der Weg zu Ridley. Der Weg nach Lower Norfair, also unter Norfair. Der Weg zu dem Plasma Beam. Der ist auch dort. Hier unten. Äh, he he. Dort will ich hin. Nur wie soll ich das anstellen? Wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also gibt es jetzt mal ein paar Videos mit etwas blind rumsuchen. Ich... Tut mir leid. Das kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Ansonsten, ich weiß nicht, wo es ist. Ich muss suchen. Geh rein. Nein. Rein hier. Hopp. Haha. Hoch. 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 Und... Ups. Hopp, hopp, hopp. Hoch. Und hier. Aufmachen. Nochmal nach links schauen. Ach, ich muss rennen. Das ist auch anders als normal. Hier muss ich rennen, um den Shinespark auszulösen. Wenn ich nicht renne, ist es kein Shinespark dabei. Hier war ja nichts mehr. Hier habe ich ja erst gescannt. Hier war ich ja erst. Ach. Ich will es nur nicht wahrhaben, wisst ihr. Da oben. Nee. 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 So... Fies versteckte Kacke, ey. Gemeinheit. Ganz fiese, schlimme Gemeinheit. Finde ich das. Irgendwo muss der Weg sein. Ich bin mal gespannt, wo ich den dann schließlich finde. Hier drüben, oder? Nee, ich will nicht speichern. Danke. Hier rechts nochmal vielleicht. Obwohl, das habe ich auch schon nachgesehen, oder? Na, was soll ich? Ich wollte rennen. Oh, hallo. Hallo. Und... Hier, irgendwo runter, sowas. Nö. Warum auch? Warum auch? Und hier ist der Raum mit der Behinderten-Scheiße. Also mit dem scheiß Ballspringen. Dort könnte ich mir höchstens einen Unter-Lava-Weg vorstellen, aber... Dort habe ich ja schon gesucht und keinen gefunden. Und jetzt sieht es auch nicht besser aus als eben. Also, eben. Als letztes Mal. Ah, nee. Hier. Ach, hier darf ich noch nicht mal scannen. Hier darf ich noch nicht mal scannen. Hier unten. Ich darf hier nicht rennen in der Lava. Uuuuuh. Hier. Ua, 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 ua. Nö. Weiß es einfach nicht. Wohin will ich jetzt? Tja, ich denke, ich lade wieder den Safe-State. Dann komme ich dort oben wieder raus. Ich habe wieder mehr Energie. Das mache ich jetzt einfach mal. Und... Biow! Habe mich gebeamt. Hehe. Fantastisch. Also, schauen wir nochmal hier lang Wohin ging der Aufzug da drüben jetzt nochmal? Wo komme ich jetzt hier unten raus? Achso, ja genau hier Ja, da unten ist dieser Aufzug Der ging doch nach Marilia, oder? Und dort gibt es noch einen Energiecontainer, den ich jetzt doch habe liegen lassen Obwohl ich jetzt schon zwei Leute erwähnt habe Oh, es tut mir so leid Ich schäme mich ganz furchtbar, aber Es ist zu spät Er ist weg, er ist weg Hm, nee, da ist auch nichts Und da auch nicht Nee, da ging es nach oben, oder? Nach Marilia Ja, genau, das ist das hier Noch mal scannen Sieht ja immer noch verdächtig aus, aber Wenn die ersten dreimal nichts dort war, dann ist jetzt auch noch nichts dort Oh Schein's Park Ja, war für ein Arsch Ich wollte es nur mal einfach gemacht haben Ja, komm, hier hoch Ich will hier noch was scannen, bevor ich hochgehe Einfach nur so Nur um sicher zu gehen Wie könnte ich dort hinkommen? Hier rechts ist noch prinzipiell eine Sackgasse per se Ein kleines Eck Also nach rechts Und schauen Noch weiter Und Ach ja, das war das Scheißding Tja, da glaube ich jetzt auch noch nett an mehr als früher Nö Hm Hm, hm, hm Lower North Hier ist die Lava Dort war ich Dort habe ich den Reservetank bekommen Den zweiten Grrrr Dort an der linken Seite war ich auch schon lang Das war der Raum, wo ich mit dem Scheißpark hochkomme Hm, vielleicht ist es doch hier in Ost-Norfer noch etwas, wo ich Nach links dann lang muss Wo ich doch Doch nach links abgehen muss Das könnte ich mir noch vorstellen Viel mehr fällt mir jetzt nicht ein Das ist Och Ich kann mal hier nach oben und dann den nächsten Raum noch rechts schauen Das sieht auch nach komischer Sackgasse aus irgendwie Das wäre dort vielleicht noch was Aber ich weiß nicht mehr, wie der Raum aussah Vielleicht Ist es auch ganz normal Ja, lass mich doch Nee, 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 nee Nicht hier feststecken Weiter Was haben wir denn hier? Archie Hier gab es ein Item Warum geht es hier weiter? Was ist da? Was haben wir denn hier? Wenn da mal nichts ist Da muss doch jetzt was sein Haha Gefunden Geh auf Ist okay, ich muss dich anscheinend wirklich gefrieren Ist okay, ich gefrier dich Noch Eisbeam dazu Auch wenn ich dann ganz langsam bin Haha Und bumm Oh, 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 ich kann hier runterfallen Hoppa Entschuldigung Ich gefrier dich nochmal neu Und jetzt hoch Oh Gott, das Ding ist schon wieder da Uäh Hallo Warum geht die Wand nicht mehr kaputt? Geh mal ganz hoch Ja Und jetzt hier Und Achso, die hier Nee, die auch Sag mal Ich hab's doch gesehen, werd ich blöd Sag mal wieder her Schau mal Ja, hier, die ist es doch Die ist doch ganz normal zum Aufbomben Ach, das ist die drittoberste Sag mal Du bist eigentlich nicht eingeladen Aber ist okay, wenn du dich freiwillig meldest Die hier Ja, die war's Um Och man, Leute Jetzt nervt hier So, schon ein bisschen Und rein damit Ich fürchte, da ist noch ein Raketenpack, oder? Das wird jetzt nicht der Weg sein, oder? Gleich bin ich schlauer Gleich weiß ich's Nochmal Und rum Ja, es kann doch beides sein Es ist Es ist der Weg Ich hab den scheiß Weg gefunden Wahnsinn Das überrascht mich jetzt Ich bin froh Ich bin nicht mehr froh Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh